Hier ist Radio Afrika. Das wird mein neuer Hit. Jetzt im Handel erhältlich. Und in Afrika. In Europa. Ich bin der Übersetzer und ich freue mich sehr hier für Radio Vatikan diese Interview zu machen. Der Papst lässt Sie grüßen durchs Karl der König. Sagen Sie etwas, was der Papst Ihnen gesagt hat, der Papst Ihnen gesagt hat. Er hat mir gesagt, ein bisschen Spaß muss sein. Der Papst hat ein guter Gespann. Dankeschön.